DANGY'S RIDE MAGIE Hallo Sie werden euch wie Helden empfangen Ja Ich glaub wir können einfach mal sagen GG, ne? Ja Willkommen in der Kluft der Beschworen Vor allem gegen so ein Gegnerteam, Alter Duschen Erstmal, dann erstmal noch ein Jasur Hau rein, Alter Machbar Richtig gut Was für ein ADC wir einfach haben, Premium 30 Sekunden bis zum erscheinen der Versammlung Ganz ehrlich Das ist Aids angenehmer als sie Behinderte Missgeburt Ja Ja, dann geh ich nach unten Die Versammlung sind erschienen Die Versammlung sind erschienen Gehen XIN Ich hasse XIN Ja Und dann auch noch mit DAPPING Ja Überwindet eure Schuvalinnen Die Versammlung ist Hier ist ein Aber mit Dich Sie haben Mit dem Tod Drück der Sieg mehr! Fuck off! Heal of Doom Die dummen Der Krieg Nicht dumm, Johna Da leben wir wieder Es wird keine Zuflucht Hey, was macht der Jieder? Ist er behindert? Alter, ohne Witz, ne? Kann es sein, dass irgendwie Dass sie immer Das Game immer danach sucht Ob wir IQ-lose Leute da drin haben Die einfach nichts peilen Die einfach, keine Ahnung, voll dumm sind Dann nehmen wir Das Turcht Zu Zaun werden Die einfach Der Krieg Und Die 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 Ja, wen haben die als Schlange, oder? Elisa, scheiße. Ich habe eine gute Idee, habe mich verliebt. Ich habe mich nicht verliebt. Ich habe mich nicht verliebt. Ich habe mich nicht verliebt. Ich bin immer wehrend, wie der Kräger. Was? Sie betoppt mich einfach in der Luft. Läuft bei ihr. Einfach weggehen, hm? Wenn wir jetzt nen Träne kaufen gehen, hm? Weil Träne und Boots voll OP sind. Wie Xen einfach nur farmen kann, wenn Dings da ist. Elise. Ja, so nah. Nicht überschätzt. Nein! Nein! Alter! Schmerz sind vorüber. Ich weiß nicht. Game sucht immer danach, ob wir irgendwie Leute kriegen, die übelst auffallen und übelst die dummen Sachen machen. Danach wird's sortiert bestimmt. Der hat einfach vergessen, dass ich nur Passiv hab. Das ist hier schlimmer als Elo, Herr, ganz ehrlich. Ich fühl, du gewinnst mehr Ranks als Elo. Also als Normals. Das enthält, was in uns stirbt. Wunderbar. Weil die Trolls da zu hoch sind. Yeah. Ja. Diese Katharina, ne? Schelle verdient hat die. Richtig peinlich. Ja, so einfach 4-0 oder was? Au. Bei ihm läuft. Bei Sona auch. Richtig peinlich. Bei mir rennt. Wahrscheinlich. Jetzt schon wieder. Oder werdet vergessen. Der Gegner ist nicht aufzuhalten. Pff. Allein wegen, dass er also so fiet ist. Haben wir schon verloren. Wird ewig. Zöger bedeutet Tod. Warum kommt er mir helfen? Warum kommt er mir helfen? Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht. Weil er lebt. Warum? Oh, die Cutter, die macht es jetzt. Wahrscheinlich. Wo rennt die hin? Ich verstehe ihn nicht. Oh mein Gott. Naja so, komm her. Willst du es doch auch. Ah, den kriegst du nicht unbedingt. Oder wie viel Leben hat denn der? Jiii, macht es einfach nicht. Der macht es wahrscheinlich einfach nicht. Oder der stirbt im Tower Naja, der macht's Der hat gut war Naja, gegankt kann man nicht sagen, aber Er hat was gemacht Boah, immer das gleiche Kata, verpiss dich doch, du stirbst doch jetzt Das macht die auch extra Aber bald bringt die kein Gold mehr Die bringt doch jetzt schon kein Gold mehr Die 7er gestorben Was für Gold soll die denn bitte bringen Das ist doch gut, wenn du eine kleine Kriegs kriegst Ja, viele die anderen trotzdem Mit XP Levelvorteil, ist auch scheiße Ist halt gerade mega lustig Ist nicht lustig Nein, was hier oben gerade abgeht Entweder haben die vergessen, dass ich eine passive habe Oder die sind zu blöd Was hier unten abgeht Ist richtig lustig Oha, oha, er lebt wieder Ich weiß Was in den Herzen der Menschen Lauf Es wird keine Zuflucht geben Ein Gegner verfällt im Blutrausch Spiel ist ja nur maximal scheiße Vielleicht kommt sowieso nicht auch so aus dem Blutrausch Ich hätte schon kaum Brot Nice Ja, sie kommt runter Ja? Ja Oder machen Weg da, du doch mal Kuh Nein Ey Ich hätte Yasuo erinnertlich Aber immer das selbe Immer die selbe Vor allem immer die gleichen Champs Immer Yasuo oder dieser Lucian Der on-Feed ist Wie der Krieg Ja, ja Nice Ja, geht doch. Scheiße, scheiße auf den, wenn der steht, alter. Geil, jetzt haben die mich verkauft. Na, geil. War auch gut. Warum macht der das Spaß? Das ist doch langweilig, ist das. Ja, er denkt auch, ich spiele das spät zum ersten Mal, als wenn ich nicht wüsste, dass die Behinderte da drinnen hockt.